Du nimmst das Band und wirfst das hoch und fängst mit dem anderen Arm. Achtung! Wenn du eine weitere Übung machen würdest, dann würdest du dich jetzt hier verheddern. Was natürlich auch zu mir geben würde. Das Band hat sich um mein Armgelenk gewickelt. Oh, das dauert länger als ich gedacht habe. Ich bin... Ich bin... Oh! Ich bin... Das ... Das war ... Oh, das ist... Das war mein ... Das war mein ... Das ... Das ... Hallo! Die neue 107.